Und willkommen zu einer weiteren Folge Gary's Mod, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ah, oh, die Map ist geil. Da muss man hier in diese Teile halt die Granaten reinwerfen, ne? Locke, Locke, zack, bumm. Und jetzt habe ich die MP5 praktisch freigeschaltet, hier, und dann bekämpft man sich. Oh, das ist so, das ist so geil. Ich bin halt der Granatenkönig, wisch? Achso, ja, und dann ist man sogar in der Arena, das habe ich so nicht mehr im Kopf. Potato Launcher ist aber echt lächerlich wieder mit euch. Das finde ich echt ultraschwach, dass man auf Kuh nicht die Waffe wie bei Counter-Strike einfach switcht. Alter! Okay, die haben mich halt gesehen. Das mache ich nicht mehr. So, jetzt geht es wieder ins Granatenwerfen. Natürlich bin ich der König im Granatenwerfen. Locker, Beacon habe ich für uns schon mal geholt, bumm. Dann hole ich es an der Scout, komm, ich will mir nicht so sein. Zack, MP5 auch noch am Start. Oh, habe ich nicht getroffen, das ist aber sehr merkwürdig. Ja, getroffen. Guck mal, wie die anderen schmeißen. Wie Kinder. Und dann noch minus 50 Health. Oh mein Gott, na, das hole ich uns aber sowas von. Ha! Gott, bin ich gut, Junge! Oh, fucking am I, then! Hier ist es für euch. Oh, die haben auch 50 Health. Oh nein, die haben auch einen guten Granatenwerfen dabei, weißt du Bescheid? Wee! Leute, wir haben doch schon alles. Das ist doch jetzt gut. Hallo! Hey, wir haben alle Waffen. Alle. Wow! Ich will natürlich die... Fuck! Fuck! Oh mein Gott, ist das peinlich. Ich hätte einfach die Dinge... Alter, was habe ich hier? Nichts? Warum habe ich die Scout nicht genommen? Hey! Ah! Er trifft mich einfach. Wo ist der bitte schönes Beacon? Ich habe keine scheiß Beacon gesehen. Ich habe es doch getroffen. Ich fange schon an zu spucken. Ich fange schon an zu spucken. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel, doch. Wow! Minus 50 AP, komm! Bumm! Am Start! Die Zeit ist viel zu lang. 30 Sekunden würden locker reichen. Oh Gott, ich habe mich getroffen. Ich grab mich ein. So, Krieg ist am Start. AK-47, komm! Ich hole jetzt die AK-47, komm! Komm! Bumm! Fuck daneben! Zack! Wow! Oder ist es beim Beacon vielleicht so, dass es automatisch sich ausschaltet, wenn wir Beacon haben und die anderen auch? Also jetzt haben nur wir Beacon. Das ist ja unglaublich, Frau Hansen! Scout-Profi ist am Start. Bumm! Bumm! Und schon haben wir gewonnen. Das ist aber lächerlich. Guck mal, es ist schon alles erledigt. Das ist ja fantastisch. Beacon Time! Oh yeah! Und die anderen, die haben ja gar nichts. Die wissen gerade, wie man Beacon schreibt zur Playznd. Ich will die Scout und ich will die Diesel. Ich mache euch jetzt alle tot. Hallo? Leute? Wenn niemand irgendwie auch immer hier rangeht, ja? Hört mal auf, jetzt hier die ganze Zeit zu campen, ihr Pisser. Meins? Wir haben schon gewonnen. Das ist doch langweilig mit euch. Hey! Das ist doch blöde, oder? Das ist doch gerade mal blade gelaufen. Wow! Okay, wir... Oh, blöde Idee. Ah! Sag bloß, ich bin jetzt durchgehend tot. Dann raste ich aber aus. Ich gehe als Ghost noch mit. Ich mache jetzt mit bei euch. Oh mein Gott! Warum schmeiße ich die Granate hoch? Wow! Na, die zieht ja aber wirklich hervorragend. Guck mal! Als würdest du auf dem Dach stehen. Was ist das denn? Jetzt also bitte, guck mal. Guck mal, achte, wo die Schüsse herkommen. Von da oben! Alles ist ja wohl. Das habe ich nicht von dir gedacht. So eine Blamage. Er fickt mich weg. Alter, sein Kopf ist entfernt. Ist das brutal das Spiel. Ich bin einfach ganz gechillt, auf einmal reagiert auf mein... Ja, Männer. Aber jetzt bin ich bei den Bobs, oder was? Muss ich jetzt alles alleymachen, oder? Ich schaue uns gerade mal die 50 AP, du, wisch? Bumm! Oh Gott, ich bin so ein göttlicher Gott! Geh mal zur Seite! Lass mich gerade mal als Team Blaudo alle wegrocken, du, wisch? Guck mal, du, Achtung, geh mal ober! Bumm! In de Kopf, versteh ich! Ey, ich wollte gerade sagen, ich habe ihn mindestens einmal getroffen! So, Leute, 50 AP, holen wir uns gerade mal direkt zum Start. Fuck! Aber jetzt, satt! Oh Gott! Und jetzt die Kick noch durch! Oh Gott, bin ich so gut! Und die AK, komm! Gerade noch die MP5 dazu, wisch? Bumm, zack! Fuck! Heilt mal die Gutsch, du Idiot! Ja! Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, meine Granate ist zurückgeflogen, die andere hat sie reingeschmissen! Alter, ich würde sowas von dran zoomen an diese Geschichte! Das war, das ist besser wie jeder Trickshot! Und es war geplant, wisch? Ich habe gewusst, dass die dieser Granate da kommt! Garschmaß, oder Garschmaß? Nett! Hey, du! Bumm! Wir sind Team Rot! Und die anderen sind schon tot! Pasch! Ich bin schon Level 8 auf dem Server! Level 8, hast du gehört? Warum kann man die Sache nicht nehmen, da? Was? Das ist gerade mal ein bisschen unwissig, da! Party! Party like a rockstar! I'm everywhere!